Freunde, ich habe da wieder eine ganz wertvolle Info für euch. Hundertprozentig wertvoll. Und zwar folge das bitte. Wenn ihr draußen irgendwo eine Werbung seht, in Form von Bewegung, in Form von Ernährung, in Form auch von anderen Dingen, wo da steht, mit minimalem Aufwand, maximaler Erfolg oder maximaler Erfolg mit minimalem Aufwand, dann kann ich euch garantieren, dass es nicht funktionieren wird. Hundertprozentig. Ihr fragt euch warum. Das erkläre ich euch sofort. Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Freunde, was steckt hinter solchen Werbeaussagen eigentlich dahinter? Kommst du schon drauf oder soll ich dir noch ein bisschen Futter geben? Ich gebe dir noch ein bisschen Futter. Werbeanzeigen beruhend darauf, dass du genau das hörst, was du hören möchtest. Denn wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, sei es Ernährung, sei es Bewegung, du willst abnehmen, du hast zu viel Gewicht, du solltest Sport betreiben, du bewegst dich zu wenig. Da ist natürlich immer ein Faktor ganz weit vorne am Start. Und zwar, wie kann ich ohne großen Aufwand einen maximalen Erfolg feiern? Das ist immer ganz vorne. Diese Frage ist die erste. Denn keiner, der da draußen rumrennt und sich mit diesem Thema beschäftigt, möchte natürlich viel Zeit verlieren. Leider, 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 leider ist diese Forderung, was wir ganz oft im Kopf haben, mit der Realität nicht vereinbar. Denn die Forderung ist, okay, ich habe 20 Jahre Schindluder betrieben, habe 20 Jahre keinen Sport betrieben, habe 20 Jahre nur Schrott gegessen, habe 25 Kilo übergewiesen. Jetzt muss natürlich innerhalb von ganz kurzer Zeit, muss das alles wieder revidiert werden, weil ich habe ja gar keine Zeit. Und ich habe auch gar keine Lust zu investieren. Ich habe keine Lust, mich anzusteigen. Ich habe keine Lust, Energie aufzuwenden. Okay? Habt ihr das verstanden? Und jetzt gibt es natürlich Werbestrategen, Marketing-Spezialisten, Psychologen. Und die wissen natürlich ganz genau, welche Wünsche wir haben. Denn die können in unseren Kopf gucken. Nein, die können nicht in unseren Kopf gucken. Sondern das ist eine typisch menschliche Verhaltensweise. Den geringsten Weg des Widerstands zu nutzen. Warum? Weil alle Menschen sind sogenannte Energiesparmodelle. Jeder Mensch möchte maximal Energie sparen. Warum? Weil unsere Gene wissen nicht, dass wir Energie im Überfluss haben. Die sind immer noch so programmiert, sparen, sparen, sparen. Überall sparen, sparen, sparen. Nur nie unnötig Energie verspenden. Und dieser innere, faule Schweinehund, dieser kleine Drecksack, der sorgt immer dafür, dass wir eine gewisse Art von Gedanken kreieren. Und jetzt wird spannend. Der Anbieter bläst natürlich genau in dieses Horn. Genau in dieses Horn. In unsere Vorstellungen. Unsere mit der Realität nicht vereinbaren Vorstellungen. Unsere Forderungen, was wir haben, die nicht vereinbar sind mit der Realität. Irrationale Forderungen. Die bestätigt er. Denn die wollen wir ja hören. Warum? Denn es gäbe nie ein Angebot, wenn es keine Nachfrage gibt. Deswegen dürfen wir nicht motzen. Oh, die verarschen und so, die haben uns verarscht. Das stimmt so nicht. Denn dieses Angebot wird es nicht geben, wenn wir nicht diese Nachfrage, wenn wir nicht diese Nachfrage generieren würden. Es wird weltweit ganz viele Dinge verkauft, die überhaupt keinen Sinn machen. 0,0 Sinn. Aber die Nachfrage nach ist da. Warum? Weil der innere Schweinehund sagt, wir haben keinen Bock. Wir haben keine Lust. Wir möchten uns nicht anstrengen. Nein, wollen wir nicht. Haben wir keine Lust dazu. Bitte, zack, eine Pille, alles ist gut. Keine Anstrengung. Genau aus diesem Grund gibt es genau diese Aussagen. Immer dann, das ist jetzt das Wichtige, was ich euch mitgeben möchte. Immer dann, wenn ihr sowas lest, wenn ihr so eine Information bekommt, egal wo, sei es bei irgendeinem Fitnessstudio, sei es bei irgendeinem, ja, möchte gern Fitnessstudio, bei irgendwelchen neuen Techniken, wo den Leuten versprochen wird, dass sie mit ganz wenig Zeit fünfmal so viel erreichen, mit 20% der Zeit maximale Erfolge erzielen, dann darf ich euch bitte darauf aufmerksam machen, dass hier nichts anderes wie euer Wunschdenken damit befriedigt wird. Denn das wird es nicht geben. Und wenn es sowas gibt, was mit minimalem Aufwand zu maximal Erfolg zielt, dann kann ich euch sagen, dass es eine Pille ist, die ganz viel Nebenwirkungen hat. Garantiert. Diese Pille hat scheiße viel Nebenwirkungen. Das ist hundertprozentig garantiert. Denn es geht nur darum, den Menschen im Laufe der Zeit immer wieder Dinge vorzugaukeln, die in ihrem Gehirnstoffwechsel verankert sind und sagen, ja, das will ich haben. Das will ich haben. In einem Vierteljahr alle meine Krankheiten weg. In einem Vierteljahr meine 30 Kilo Übergewicht weg. Alle sind mir die ganzen Sünden, die ich getan habe, sind mit dem Fingerschnipsen weg. So funktioniert es nicht. Nein, nein, nein. Dieses Pillchen hat noch keiner erfunden. Und wenn es erfunden wird, dieses Pillchen, dann ist es pures Gift. Die Nebenwirkungen sind eklatant. Denn immer dann, wenn der Mensch im Business, im Privatleben, im Sport, bei der Ernährung eine Abkürzung sucht, einen Schleichweg, der energetisch sparsam ist, ja, dann ist die Gefahr ganz groß, dass es nicht gesund ist, dass man auf die Fresse fällt. Und trotzdem, dass es schon 40, 50, 60 Jahre praktiziert wird, dass solche leeren Versprechungen gemacht werden, fallen die Menschen immer noch drauf rein. Und was ist da eigentlich der Hintergrund? Warum fallen wir auf sowas rein? Auf solche Dinge fallen Leute rein, die haben studiert. Da fallen Leute rauf, die haben einen sehr hohen IQ. Trotzdem fallen sie darauf rein. Warum? Weil wir immer nur am Energiesparen sind. Weil jede Entscheidung, die wir machen, möchten wir so machen, dass wir da hinten dran keinen großen energetischen Aufwand sehen. Es soll so einfach wie möglich sein. Es soll nicht anstrengen. Es soll keine Energie kosten. Das ist der Hintergrund, warum es solche Angebote gibt. Deswegen nochmal zum Abschluss. Wenn ihr sowas lest, dann bitte hinterfragt wirklich, was wird denn da gerade gemacht? Ist es wirklich die Wahrheit? Oder wird da nichts anderes als eine Antwort bedient, die ich persönlich suche. Eine Antwort bedient, die ich hören möchte. Denn wir Menschen suchen immer exakt nach unserer Wahrheit. Denn wenn du dich mit sowas beschäftigst, wirst du danach suchen, das zu bestätigen. Ja, die Aussage stimmt, weil ich habe dort und dort das gelesen. Wer hat das geschrieben? Natürlich der Hersteller. Natürlich derjenige, der es verkaufen will. Wenn wir uns mit sowas beschäftigen, suchen wir immer, immer grundsätzlich genau nach unserer Wahrheit. Und das ist zu hinterfragen. Denn die Wahrheit, die wir suchen, die ist oft mit dem Energiesparmodus verbunden. Das ist die Wahrheit, die wir hören wollen. Und deswegen, ihr Lieben da draußen, bitte, tut euch selbst der Gefallen. Lasst euch von euch selbst nicht verarschen. Fallt nicht drauf rein, denn die Garantie habt ihr von mir. Der Weg, gesund zu sein, sich gesund zu ernähren, gesunde Entscheidungen zu treffen, sich mit dem Thema Entspannung auseinanderzusetzen, mit dem Thema gesunde Ernährung, gesunde Bewegung, regelmäßig Sport, regelmäßig Auszeigen, ist immer mit einem gewissen Zeitinvestment verbunden. Und das muss uns klar sein. Und wenn wir versuchen, eine Abkürzung zu gehen, dann ist es garantiert der Schuss nach hinten. Und es kostet in der Regel einmal Zeit und scheiße viel Geld. Es wird einmal über die Zeit bestraft, weil man landet wieder irgendwann beim Ausgangspunkt, weil man nichts gelernt hat. Und zweitens kostet es scheiße viel Geld. Warum? Weil es nichts genützt hat. Weil man nichts dazu gelernt hat, weil nur unser Wunschdenken bedient wurde. Und das Wunschdenken, das ist lustig, das ist schön. Aber es ist energetisch sparsam. Und unser innerner, faule Schweinehund wird dadurch bedient. So, ihr Lieben, ich hoffe, ich habe ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht und freue mich natürlich über Bemerkungen von euch, natürlich auch über ein Däumchen nach oben oder natürlich auch über konstruktive Gedrück, je nachdem, was ihr gerade parat habt und je nachdem, welche Wahrheit ihr gerade sucht. Das war es schon. Und wenn ihr Interesse habt und sagt, der Mann ist gut, den könnte ich mal brauchen für mein Vorhaben, dann schaut mal unten in die Shownotes, da findet ihr direkt einen Zugang zu mir. Und dann haben wir vielleicht bald ein Gespräch miteinander. Macht's gut, bis bald und ganz viel Spaß bei allem, was ihr gesund tut.